Servus und Grüße zur Wochenwettershow vom 24. Februar bis zum 2. März für die Tiroler Zugspitz-Arena. Nach dem schier endlosen Traumwinterwetter der vergangenen Zeit mit viel Schnee und Sonne erwartet uns nun immer mal wieder Neuschnee. Und dazwischen scheint die Sonne. Und damit setzt sich das perfekte Wintersportwetter bei uns in der Tiroler Zugspitz-Arena fort. Und wenn die Sonne mal herauskommt, dann spüren wir auch eins und zwar ihre Kraft an Wärme und Licht. Wohl dem, der seinen Golfball wieder findet. Nein, Spaß beiseite. Es ist eine traumhafte Aufnahme von der Livecam Zugspitz-Golfplatz mit viel blauem Himmel, endlos Schnee, Sonnenschein und Traumwinterwetter eben. Zudem es jetzt Neuschnee geben wird. In der Nacht von Montag auf Dienstag setzt dieser ein und hält am Dienstag erst einmal längere Zeit an. Es schneit zum Teil kräftig. Erst am Nachmittag lassen die Schneefälle langsam nach. Dazu liegen die Temperaturen bei um den Null Grad. Wir bleiben beim Dienstag, denn jeden Dienstag ist das Moos, die Ebene zwischen den Orten Ehrwald, Lermos und Biberwir, hellst erleuchtet. Um 20.15 Uhr beginnt am Kirchplatz in Lermos eine Fackelwanderung. Die Teilnahme sowie die Fackeln sind kostenlos. Ja, und auch nicht ganz alltäglich ist die Lama-Wanderung in Biberwir. Hier machen sie mit Tieren einen Winterausflug. Die weiche und leichte Winterwanderung findet am Mittwoch, den 25. Februar um 17 Uhr statt. Wanderer sind circa so anderthalb Stunden mit Lamas unterwegs. Melden Sie sich dazu bitte im TVB-Infobüro Biberwir an. Das Wetter dazu. Am Mittwoch bringt uns noch ein paar leichte Schneefälle. Die hören dann auf und am Donnerstag im Laufe des Tages lockern die Wolken auf und dann wird es vorübergehend freundlicher. Eher am Freitag wieder Wolken aufziehen und gegen Abend setzt Schneefälle ein. Anfangs kann auch ein bisschen Regen dabei sein. Ein kurzer Monat mit einem fulminanten Schlusstag. Am 28. Februar geht es rund in der Tiroler Zugspitz-Arena. Beim zweiten Tourenlauf in Erwald wird in drei Klassen der Berg mit Touren-Ski bezwungen. Start ist in der Gemeinde Erwald. Das Ziel ist auf der Gamsalm. Währenddessen steigt auf der Erwalder Alm die Après-Ski-Party mit dem Radio-Scharivari-DJ. Und wer dann noch nicht genug hat, der feiert im Musikcafé bei der Hangover-Party weiter. Und wir feiern den Winter weiter am Samstag mit weiteren Schneefällen. Hier sind wir noch bei der Party und hier am Samstag mit Schneefällen, die dann allerdings wieder nachlassen. Im Laufe des Tages kommt die Sonne heraus. Ein sehr schöner Tag wird der Sonntag mit diesen Föhnfischen und Lenticularis-Wolken, die wir hier haben. Und am Montag ist noch nicht ganz sicher. Hier wird es voraussichtlich wieder dichte Wolken geben und vorübergehend milder werden. Aber schaut man noch ein bisschen weiter, dann kommt wieder Neuschnee, ehe dann wieder ein kräftiges Hoch kommt. Dann sind wir aber im März. Und mit dem kurzen Monat Februar geht übrigens auch offiziell der meteorologische Winter zu Ende. Und am Sonntag beginnt der meteorologische Frühling. Der Traumwinter 2014-15 in der Tiroler Zugspitz-Arena, der macht aber weiter. Lassen Sie sich gut gehen bei uns und genießen Sie Schnee und Sonne. Untertitelung des ZDF